Red Tracer 7 Es gibt mehrere Rennstrecken mit verschiedenem Verlauf, aber gleichem Start und Ende und teilweise auch riesende Übergänge. Sehr viele Referenzen zu vergangenen Namco-Spielen, aber auch einigen Red Tracer-Spielen. Teilweise auch, dass die Rennstrecken zwischen den Spielen teilweise ja schon nach Copy und Paste getauscht wurden. Also das heißt, dass Rennstrecken eins zu eins wie in vergangenen Teilen wieder im neuen Spiel drin sind. Und die Besonderheit vor allem, dass Namco nicht nur das Musik nicht nur von seinen eigenen Komponisten macht, sondern auch von seinen eigenen Remixer remixt. Und das typische Mascot-Girl, meistens Reiko Nagase, auch hier im siebten Teil. Im fünfer hatten wir Ai Fukami, die kam nicht so gut bei den Fans an. Ich fand's eigentlich gar nicht so schlecht. Und die Kara Shindu aus Unbounded, aber das packen wir mal in die Unbounded-Schiene und schmeißen's in die Tonne. Ja, Red Tracer 7 ist eine Rennspiel-Serie von Namco, die 1993 entwickelt wurde, als Namco sein erstes 3D-Cardboard herausgebracht hat. Und hat aufgrund der Action, zugunsten der Action, hat auf die realistische Fahrverhalten verzichtet. Und zum Glück, muss ich dazu sagen, und war auch seitdem immer ein Starttitel von Sony's Playstation-Konsolen, zumindest von den Heimkonsolen. Auf der Playstation 1 hatten wir damals als Starttitel Red Tracer 1, auf der Playstation 2 Red Tracer 5 und auf der Playstation 3 Red Tracer 7. Auch eines der wenigen Spiele meiner Sammlung, die tatsächlich das Full HD mit 1080p unterstützen. Worum geht's bei Rage Racer? Eigentlich für abdicknormales Autorennen. Man fährt so schnell es geht, überholt alle anderen und versucht vor ihnen ins Ziel zu kommen, die drei Runden zu absolvieren. Hierbei gilt es insbesondere, die hohen Geschwindigkeiten zu meistern und vor allem das Driften in den Kurven. Während in den Vorgängerteilen Kollisionen mit anderen Fahrern oder der Wande drastisch durch Geschwindigkeitsreduktionen bestraft wurden, ist es jetzt hier bei Red Tracer 7 nicht mehr so. Da wird die eine oder andere Kollision, die kann man da durchaus wegstecken, ohne gleich wieder im zweiten Gang anfahren zu müssen. Allerdings ist das Fahrverhalten der Computergegner wesentlich aggressiver als in vorherigen Teilen, was dazu führt, dass man dennoch besser Abstand hält. Außerdem gibt es drei verschiedene Fahrzeugkategorien. Die Standardkategorie ist, wie der Name schon vermuten lässt, nichts Besonderes. Keine großen Schwächen, aber auch keine herausragenden Stärken. Dann gibt es den dynamischen Typen. Die sind sehr driftlastig eingestellt, das heißt, man bricht sehr leicht aus, kann sehr starke Drifts in den Kurven machen. Allerdings lassen sich diese Drifts später dann sehr schwer wieder unter Kontrolle bringen, was gerade bei den höheren Geschwindigkeitskategorien eine ziemlich Löwenaufgabe ist. Und zu guter Letzt den Samtentyp, den kennen wir aus der gangen Ridge Racer als Drift. Der ist nicht sehr driftfreudig, aber dennoch driftfähig und hat durch seine höhere Bodenhaftung auch eine bessere Beschleunigung. Eine drastische Neuerung stellt hingegen der Nitro-Ansatz dar. Früher ging es bei den Ridge Racer Teilen mehr darum, die Drifts insofern zu beherrschen, dass man zwar um die Kurve kommt, aber den Drift so kurz hält, dass man möglichst bald wieder die Bodenhaftung hat und wieder weiter beschleunigt. Jetzt bei Ridge Racer 7 ist es ein bisschen anders. Man hat Nitros, die durch Driften aufgeladen werden. Dadurch ist das Driften in diesem Spiel sehr einfach geworden. Man wird teilweise sogar einfach dafür belohnt, dass man zu lange driftet, weil sich dadurch die Nitro länger auflädt. Wenn man Nitro einsetzt, bekommt man den obligatorischen, paar sekündigen Geschwindigkeitsschub und während man den Nitro einsetzt und driftet, lädt sich die Leiste nicht auf. Allerdings, wenn der Nitro gerade fertig ist mit dem Aufladen und man driftet, das heißt man nimmt noch die Restgeschwindigkeit des Nitros mit, dann lädt sich die Nitro-Leiste umso mehr auf. Das führt in letzter Konsequenz dazu, dass man, wenn man Bestzeiten erlangen will, eigentlich nur die Strecken auswendig lernt und sich merkt, wann setze ich ein Nitro und wann drifte ich dann danach. Das klassische Beherrschen des Driftens in den Kurven wird damit obsolet. Ein besonderer Pluspunkt bei Ritchless R7 geht an die Fahrzeugkonfiguration. In vergangenen Teilen konnte man meistens höchstens sein Fahrzeug wählen und den Motor dazu. Dieses Mal gibt es verschiedene Motorteile. Man kann die Außenteile wie Spoiler und die Front verändern, was sich auch aus Fahrverhalten auswirkt. Die Radaufhängung, man kann verschiedene Arten von Nitros einsetzen, verschiedene Arten von Fahrwerk, um zum Beispiel das Fahrzeug noch dynamischer oder einen Randfeld zu machen. Farben ändern, Nummern ändern, das Übliche. Also hier definitiv bei Ritchless R7 ein absoluter Pluspunkt. Der Soundtrack ist auch nicht zu verachten. Wenn man sich das Spiel holt, hat man automatisch schon 40 Musikstücke allein für die Rennen zur Verfügung, zur Auswahl von dieses Mal internationalen DJs, aber auch den typischen klassischen Nemco-Gesichtern. Zusätzlich kann man sich über das Playstation Network nochmal 20 Stücke aus vergangenen Ritchracer-Teilen runterladen, die mir eigentlich fast sogar schon ein bisschen besser gefallen als der Soundtrack vom 7er, der eher dann doch Club-lastig ist. Wobei mir auch da zum Beispiel die Stücke Paris oder Euphoria von Ritchracer 5 fehlen und natürlich eigentlich der komplette Soundtrack von R4, Ritchracer Type 4. Die 40 Standardstücke erfüllen aber trotzdem ihren Zweck und passen auch in das Genre Ritchracer-Musik, wenn es das denn als solches gibt. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass gerade auch die Musik mit ihren 40 Stücken, die für einen Ritchracer verhältnismäßig viel sind, auch für eine Prämisse des Ritchracer 7 stehen, nämlich mehr von allem. Es gibt viel mehr Rennstrecken als in Vorgängerteilen, es gibt viel mehr Fahrzeuge und die sich dann nochmal durch die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten potenzieren lassen. Ein kleines Manko im Audiobereich sind die Sound der Fahrzeuge. Die klingen mir persönlich ein bisschen zu elektronisch. Das wird auch dadurch nicht besser, dass wir hier bei Drehzahlen im Zehntausenderbereich arbeiten. Bei der Streckenumgebung dagegen hat sich Namco sehr viel Mühe gegeben. Während Ritchracer sonst eigentlich eher im städtischen Bereich angesiedelt war, bzw. Ritchracer 4 ja auch eher so ein bisschen im ländlichen, ist das jetzt bei Ritchracer 7 ganz anders. Es gibt viele verschiedene Umgebungen, in denen man seine Rennen fährt. Sei es jetzt die klassischen Ritchracer Großstädte, ländliche Gegenden, Alpine und zum Glück auch, wie bei der Strecke Rave City, die Stadt bei Nacht. Außerdem wieder ein Flughafen, ein Erholungsgebiet am Meer und natürlich die klassische Ritchracer, bzw. Sunny Beach Strecke, die jetzt hier in dem Tal Seaside Route 765 heißt. Falls sich eigentlich jemand fragt, wieso ich das Ganze ohne Nitros spiele, das liegt einfach daran, dass es für mich mehr Spaß macht. Es ist näher an dem klassischen Ritchracer dran, das ich kennen und lieben gelernt habe. Und wie man sieht, komme ich auch ohne Nitros noch ganz gut vorne bei weg. Inwiefern das jetzt allerdings mit der Rubberband AI, wie es Namco ganz gerne mal macht, zusammenhängt, weiß ich nicht. Dafür habe ich zu wenig Einblick in die Programmierung des Spiels. Außerdem hat mir genau diese Rubberband AI ziemlich viel an Spaß in Soul Calibur 3 genommen. Aber dazu mehr in einem anderen Review, wenn nicht viel leichter zu kommen. Was ihr bisher hier von den Ladezeiten gesehen habt, ist nicht gerade schön. Die kann man allerdings drastisch reduzieren, indem man das Spiel auf der Festblätter installiert. Was ich jetzt nicht gemacht habe, da ich nur eine 40 GB PlayStation 3 habe und für andere Spiele Platz machen musste und Ritchracer 7 erstmal wieder deinstallieren musste. Aber sobald ich mich in diese Geschichte mit Festplatten-Image erstellen und kopieren eingearbeitet habe, wird sich das, denke ich mal, ändern. Die PlayStation 3-Festplatte ist ja eine stinknormale S-Arter-Festplatte, von daher kriegt man da auch schon für wenig Geld eine Laptop-Festplatte mit durchaus 500 GB. Wobei ich allerdings jetzt noch nicht weiß, wie viel die PlayStation 3 überhaupt verträgt an Speicherplatz. Gerade hier über dieser langen Strecke zeigt sich's, wie sehr nitro-lastig das Spiel doch geworden ist. Also, wenn ihr irgendwelche Fahrfehler seht, ist das in erster Linie eine Langeweile. Und in zweiter Linie liegt's auch daran, dass ich jetzt erstmal die letzten zwei Wochen im Zeltlager war, wodurch sich meine Augen- und meine Augen-Hand-Koordination erstmal wieder an Videospiele gewöhnen musste. Aber jetzt lasse ich euch erstmal genug Zeit, den Rest des Videos anzuschauen. Schaut euch noch meine anderen Videos an. Natürlich freue ich mich nach und vor über eure Kommentare und auch Kritik und eure Meinung im Allgemeinen. Und man hört sich. Spätestens bei dem Klasse 1 Grand Prix werde ich mich wohl wieder melden. Also, ich bin mal drauf, Mal perks, ich bin ja noch nicht. Vorher, ich bin mal von den Klasse 1. Und dann kann nicht die ganzen supermarket hin courses keinen Ort, aber mich über uno, dass ich jetzt nichtезде bin, den Klasse 2 oder noch5- oderнее. Und ich bin dann halt, mich überraschen Mein-Handla runs geil Nein. Was ist das wirklich so? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020